Hallo und herzlich willkommen zurück zum alljährlichen Yoga-Wettbewerb, hier bei GJ5. Ja, was für ein Käse. Ähm, wir versuchen es halt nochmal. Hilft ja nichts. Hä? Da hat er doch wieder was von irgendwelchen Anüssen erzählt. Er zählt, verzählt, er zählt. Verzählt auch. Guck mal, wie beschwingt ich das mache. Gorilla, was, Handy, Telefon? Ich prise. Und ich entprise. Ja, kann ich, das kann ich allerdings unterschreiben, dass Atmen etwas vom Wichtigsten ist. Und nicht nur beim Yoga, das wird hier den Guru überraschen. So, wie oft denn noch? Geht's noch? Geh in die Luft und raus. Geh in die Luft und raus. Geh in die Luft. Geh in die Luft. Okay, den hier rauf. Und atmen. Ein Geatme ist das hier. Geh in die Luft. Geh in die Luft. Oh. Geh in die Luft. Geh in die Luft. Ja, da geht's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Yoga is the answer, Mikkel. But, what is the question? Uhh, why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good. You are alone, you pathetic psychopath. Ugh, fuck you. And that bonnie, french fucking yogi. Ah. Meine Herren, was für eine was für eine Frau. Das ist doch da ein Schuss, dort ein Schuss, überall ein Schuss und dann noch ein Komplettschuss. Also ich meine, er ist auch nicht heilig, aber puh. Ja, waren wir wenigstens in meinem Pool drin, ist doch auch schön. So, wir sollen in Jimmys Zimmer. Nee, auch so ein Fall. Spezialfall. Boah. Äh. Falsches Zimmer. Did I pay for that? Ja, you smashed the other one, didn't you? All right, come on. I want to go for a ride. I got to meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Ja. Das ist immer so eine Sache, was man als Freund zählt und was nicht. Steig in dein Auto, okay. Mach nur doch glatt. Was machen wir denn jetzt mit Jimmy? Burger Shot. Burger Shot, okay. Dann kriegt man wenigstens was in den Bauch. nach dieser ollen, ollen Yoga-Nummer. Huch, kurzer Broklau. Nah. Da geht's la. I knew it. The mask was going to slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that regret. Why do you think we're here together? Because you're scared shitless of being alone? Oh, now you're an armchair psychologist. Just like the rest of this city. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Kannst auch steigen, wir sind da. Steig wieder in dein Auto. Habe ich die Markierung übersehen. Ach so, da hinten, okay. Äh, muss man hier noch ordentlich parkieren. There he is. The friendly neighborhood drug dealer. Yo, brother man. What's up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's your old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy Pot by the pound? Ooh. Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah, 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 yeah. Come on, man, what the fuck, Jimmy? Just hold on a second. Oh, all right, all right, later on. Okay, what with that? Hey, let's bounce, bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Wo geht's jetzt hin? Was für ein Ausflug denn? Tatsächlich, nach Hause fahren. Nachdem er hier die Drogen abgeholt hat. Auch nicht schlecht, das ist Programm für Sonntag. Ein Programm für Sonntags, meinte ich. Falls das jemand nicht ganz verstanden hat. Ist halt reden, hören, fahren. Oh, was ist nun los? Versuche ich gerade. Da klebt noch Blut auf dem Auto. Von der Fussgängerin vorhin. Was für ein Scheiß. Was für eine Frau. Was für ein Sohn. Was für ein Leben. Und jetzt? Das muss ja eine ordentliche Droge sein, die der da bekommen hat. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Was für ein Leben. Was für ein Leben. Wow. You are nothing but a murdering, cheating, hypocrite! You took a wrong turn a long way back. Aua! Unsanft. Ins Haus reingedonnert. War doch nur ein Traum. Jimmy, you little shit. Heiliges bisschen in der Unterhose von Aliens entführt. Und nun? Da ist was angezeichnet auf der Map. Da gehen wir mal gucken. Das ist eigentlich nicht weit weg. Ist das unser Fahrzeug oder sind das Klamotten? Oder können wir da Jimmy verschlagen? Mal ganz schnell hier in die... Oh Gott, der arme. Also der kann ihm wirklich leid tun. Eben, er ist auch kein Heiliger, aber... Da fragt man sich dann schon, womit er das verdient hat. Nicht überfahren! Ich kann ja nicht in der Unterhose herumrennen. So, wir gehen mal gucken. Ja, you two! Wer läuft denn hier in der Unterhose halbnackt rum? Wir oder die? Äh, achso, nach Hause will er, okay. Ja gut, in dem Zustand. Hier haben wir verständlich. Das wäre dann hier rechts. So, und jetzt? Jimmys Zimmer vermieten, oder? Was haben wir vor? Hallo! Hey! I'm home! Kids! Oh! Jimmy? Hm. Fernsehen gucken will ich jetzt nicht. Ich würde jetzt gern wissen, wo hier Jimmy ist. Jetzt ist da unten was angezeigt. Halt! Da komm ich nicht rein. Das war nicht gefragt. Dann ist es doch unten. I'm back! Michael. Ich denke, du hast endlich deine Meinung verloren. Dein recenter Behaviour und die Firma, die du gehalten hast, haben mich bereits sehr interessiert. Jetzt hast du angefangen, meine Fabian, der war ein nahes Freund. Und dann hat Jimmy gesagt, du hast drugs gemacht, während du ihn in deinem Auto gehst. Wir haben entschieden, um ein paar Mal zu gehen. Du hast mir geändert, und du hast nicht geändert. Ich weiß, du sagst, dass ich immer in einem Film bin. Aber das ist nicht das. Ich denke, ich werde mit einem Verlager sprechen. Ich bin einfach wirklich verwirrt. Bitte, versuche nicht, uns zu kontaktieren, und versuche nicht, dich zu töten. Amanda. Fuck! Ja, einerseits traurig, andererseits... Was hat er verloren? Sorry, aber... Einen bekloppten Sohn, eine Frau, die ihn betrügt. So. Da haben wir... Wieso hat es jetzt 3.000 Dollar abgezogen? Weil uns der Sohn verlassen... Ach, ja. Der Sohn hat uns nicht verlassen. Der hat uns ja im Prinzip Geld geklaut und ist ausgezogen. Ich meine, zweiteres ist gut. Ersteres ist natürlich dann eher scheisse. Hm. So. Was machen wir denn jetzt noch mit der angebrochenen Zeit? Ähm... Wir könnten, wir könnten... Wisst ihr was? Wir gehen mal ganz schnell... Ganz schnell ist gut. Wo hat es denn hier einen Waffenladen hier oben? Ich möchte mal gucken, was Michael an Ausrüstung hat. Gut, das kann ich natürlich so gucken. Das ist nicht unbedingt viel. Wir werden mal Michael noch kurz... ein paar neue Wummen gönnen, damit er sich künftig... Äh... Ich habe keine Carrepabs. Kann ich mich... nicht neben dem Umzug auch noch damit umstellen? Das habe ich deine genommen. Ich bin ja vor allem im Füssen stehe. Ich bring's zurück, wenn alles... Aha. Okay. Hat der Auto auch noch mitgenommen. Das ist ja ein süsses Früchtchen. Ähm... Eben. Michael ein bisschen ausrüsten, damit er sich das nächste Mal besser gegen diese... diesen Yoga-Lehrer... und überhaupt gegen die ganze Welt wehren kann. Denn so langsam tut mir der Kerl echt leid. Also... Im Endeffekt ist es dann vielleicht doch nicht so. Ist er so... wie er ist? Oder dass er so geworden ist, wie er ist? In so einem Umfeld. Wobei ich glaube, er war vorhin schon so. Und das Umfeld kam dann erst später dazu. Dann ist das auch keine Ausrede. Aber es ist schon so, dass... das Umfeld macht einen halt... zu dem, was man ist. Und ich rass hier einen... armen, unschuldigen Bus hinten rein. Vor lauter Erzählen. So, wo haben wir denn hier? Hier müsste irgendwo sein. Immunation. Da. So, gehen wir mal schnell gucken. Weil Westen und so haben wir glaube ich auch keine mehr. Das ruft Tracy noch an. Ja. Traci. Baby. You called? Ja. Look dad, we're worried. I'm worried too. I really wanna see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like, serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Traci. I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, daddy. That's all I could do. Yeah, sorry, Leute. Ich lache nicht wegen dem Anruf, aber wegen der Frau hier. Ja, die... Was hat die denn genommen? Heiliges bisschen. Habt ihr das gesehen? Siebenmal hier gegen die Mauer. Aber das ganz geile war der Typ hier. Wo ist er denn? Aufgestanden, weggerannt. Der hat sie noch fotografiert, wie sie hier... Da liegt nur ein Hut. Wie sie den Mist zusammengefahren hat. Echt nicht schlecht. Ja, okay. Traci liebt uns und macht sich Sorgen. Wir werden Traci mal noch treffen. Aber erst werden wir uns hier ausrüsten. Aber auch das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Danke. Tschüss. Tschüss!